Wir sind das Autohaus Russ. Wir haben eine lange Tradition. Wir sind 75 Jahre am Markt. Wir haben 230 Mitarbeiter. Wir verkaufen ca. 3000 Neu- und Gebrauchtwagen im Jahr. Wir reparieren 30.000 Fahrzeuge im Jahr, haben über 70.000 Kundenkontakte in den Bereichen Verkauf, Service und Teile-Zubehör-Bereich. Das Unternehmen wurde 1933 gegründet und man begann in einer Scheune. Was haben wir repariert? DKW, NSU und über Motorräder und die ersten Fahrzeuge kam dann dieses Mercedes-Geschäft auf. Der erste Generationswechsel von unserem Opa zu den Vätern hat in den Jahren 65 bis 70 stattgefunden. Und war wahrscheinlich nicht ganz so mustergültig, wie wir das heute erlebt haben. Vielleicht haben die Väter auch daraus gelernt. Wir haben 2004 begonnen mit der Nachfolge, haben dann mit einer Klausurtagung begonnen. Ursprünglich war ja der Wunsch der Senioren, dass man am Wochenende zusammensitzt und das dann klärt, wie man das dann macht. Und dass es dann auch relativ zügig geht, hat dann insgesamt drei Jahre gedauert. Nach diesem Wochenende waren alle Themen auf dem Tisch. Mehr Themen, als wir geglaubt hätten und das war aber hervorragend. Wir haben da sehr offen darüber diskutiert, alles durchgemacht. Es ist ja sehr wichtig, dass es auch einen Notfallplan gibt, weil wir haben Verantwortung für 230 Familien. Und den Fortbestand des Unternehmens sind schon Priorität Nummer eins. Es ist uns auch sehr wertvoll, die Erfahrung der beiden im Hintergrund zu wissen. Ja, manchmal in kleinen Dingen, wo man sagt, wie würdest du das machen? Oder auch in strategischen Dingen ist schon hilfreich, wenn man im Hintergrund noch mal Menschen hat, die diese Erfahrung aus der Vergangenheit haben. Vielen Dank. Vielen Dank.